Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle. Und im folgenden Video werden wir gemeinsam über Bored Apes Yacht Club sprechen. Denn mit Abstand jede Person, die sich in der Kryptosphäre mit NFTs beschäftigt, wird wohl oder übel nicht an Bored Apes Yacht Club oder an Mooted Apes vorbeikommen. Beziehungsweise an Yuga Labs, also die Schöpfer von Bored Apes Yacht Club. So die Frage, die sich mir aber gestellt hat, warum wird eine NFT-Reihe, eine erfolgreiche NFT-Reihe wie Bored Apes Yacht Club nun einen Ape Coin rausbringen? Und mit dem heutigen Tag an wurde auch der Ape Coin an überaus vielen Tier-One-Börsen gelistet. Darunter Binance, darunter KuCoin, Huobi und, und, und. Und das gab es Leute so noch nicht oder sehr, sehr selten in der Geschichte. Und da stellt sich für mich die Frage, wie kann es sein, dass so ein Projekt ohne erst mal auf den Markt gekommen ist, so eine Akzeptanz bei Börsen hat? Und das kann man sich ganz einfach erklären. Und zwar wird und werden auch in Zukunft der Ape Coin immer mit Bored Apes Yacht Club assoziiert. Weil der Ape Coin selber durch Yuga Labs geschaffen wurde und Yuga Labs ist ja der Schöpfer von Bored Apes Yacht Club. Und Bored Apes Yacht Club ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein NFT eigentlich an Wert gewinnen kann und somit auch den kompletten NFT-Markt auch dominieren kann. Denn mittlerweile ist der Floor Price bei Bored Apes Yacht Club, glaube ich, bei 200.000 Dollar, um überhaupt den günstigsten Affen eben auch zu bekommen. Und das ist überaus erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ein Bored Ape im März letzten Jahres noch 300 Dollar gekostet hat. Also überaus krass. Und das wird nämlich so auch weitergehen. Ich habe mir selber 90 Ape Coins gekauft. Wir werden nämlich gemeinsam da nochmal schauen, was eigentlich eine DAO damit zu tun hat, welche Vision eigentlich Bored Ape Yacht Club eben auch hat, beziehungsweise der Ape Coin. Und meine Meinung an dieser Stelle preislich ist, dass der Preis nicht bei 8 Dollar bleiben wird, dass der Preis ebenfalls auch nicht wie im höchsten Peak bei 28 Dollar sein wird. Denn so viele Leute besitzen aktuell oder viele prominente Leute besitzen aktuell ein Bored Ape. Darunter Justin Bieber, Eminem und, und, und. Viele Leute, die es sich leisten können. Viele Leute, die Kohle auch haben. Und die werden nämlich auch in Zukunft auf den Ape Coin hingehend auch spekulieren. Und da wird nämlich der Ape Coin auch an Akzeptanz gewinnen, weil einfach diese, ähm, diese, diese Assoziation von Bored Apes Yacht Club und die Erfolgsgeschichte von Bored Apes Yacht Club eben auch mit einher geht. Weil nämlich jetzt und aktuell ist es so, dass super, super viele Leute sagen, hätte man letztes Jahr ein Bild, ein Affenbild für 300 Dollar gekauft, dann wären das jetzt, äh, der günstigste Affe kostet nämlich 200.000 Dollar. So, und genau das wird nämlich auch mit dem Ape Coin passieren. Keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle. Ganz, ganz wichtig. Ich persönlich habe mir selber auch Ape Coins gekauft und, ähm, auch natürlich, um dahingehend zukünftig auf Wertwachstum hin zu spekulieren. Aber auch, ganz wichtig, um eben auch, äh, abzustimmen. Denn der Ape Coin selber ist nicht nur ein Coin, der, äh, keinen Nutzen hat. Im Gegenteil, der Ape Coin hat zweierlei Nutzen. Zum einen ist es ein Abstimmungstoken und zum anderen ist es ein Utility-Token. Das heißt, du wirst nämlich in Zukunft einige exklusive Sachen mit dem Coin bekommen und du kannst nämlich damit auch eine DAO betreiben. Eine DAO ist eine dezentrale, autonome Organisation. Das bedeutet, jeder Mitglied, der diesen Token besitzt, also mit dem Besitz der Token bist du automatisch Mitglied und kannst für zukünftige Fragestellungen, die in Bezug auf Ape Coin aufkommen, selber auch abstimmen. So, und durch diese Abstimmung hast du nämlich, ähm, direkt einen Einfluss auf das Unternehmen vor hinter Ape Coin selber. Und es werden nämlich sehr, sehr viele Leute an dieser Stelle auch solche Abstimmungen auch nutzen. Wenn zum Beispiel es um die Zukunft von Ape Coin geht, nur mal als Beispiel, dann wird eine Abstimmung in die Wege geleitet. Und diese Abstimmung kann wirklich alle möglichen Fragestellungen auch beinhalten. Und wie die wichtigste Antwort dahingehend ist, wie sehen die Mitglieder dieser Befragten eben doch aus? Und da haben wir nämlich alle die Möglichkeit, mit dem Besitz des Ape Coins nicht nur irgendwelche Zugriffsrechte zukünftig zu bekommen, sondern auch selber aktiv an Ape Coin selber auch zu entscheiden. Und der Ziel dieses Trogens wird sein, erst mal für die Kultur, Gaming und generell auch für Web3. Und das sind nämlich Faktoren, die jetzt auch zukünftig kommen werden. Ich persönlich halte, ich habe mich jetzt nur tatsächlich seit einigen Stunden jetzt damit beschäftigt. Ich habe aber aufgrund des Hypes mich auch eingekauft. Nenn es, wie du willst. Vielleicht hatte ich ein bisschen FOMO, aber ich weiß einfach, dass sehr, sehr viele Leute den Ape Coin mit Bored Apes in Verbindung bringen werden. Und somit auch zukünftig auch eine Preissteigerung eben auch mit einhergeht. Das weiß ich einfach. Und wenn es zudem nicht so ist, hat man es nämlich versucht, ganz einfach, das Ganze wäre nicht anders gewesen, als hätte man damals ein Affenbild gekauft für 300 Dollar. So, wie sieht eigentlich die Tokenomics, also die Tokenverteilung dahinter aus? Insgesamt gibt es eine Milliarde Tokens. 62% davon sind in das Ökosystem von Ape eben auch mit einhergegangen. 16% kriegt Yuga Labs und auch Plus Charity. Und 14% kriegen die einzelnen Teilnehmer, die ja dem Projekt geholfen haben. Und 8% gehen an die einzelnen Halter von Bored Apes, sodass du auch im Rahmen von Presale selber Coins bekommen hast. Ich will ehrlich sein, ich vermute, ich habe mich trotzdem eingekauft, aber ich vermute an dieser Stelle, dass es in den nächsten Tagen noch einen kleinen Abverkauf geben wird. Denn aktuell kursieren sehr, sehr viele Wallets rum, die mehrere hunderttausende Coins halten. Und ich weiß halt nicht, wie es ausschaut, ob die jetzt in den nächsten Tagen verkauft werden von einzelnen Haltern von Bored Apes und auch Mutant Apes. Und in diesem Punkt bin ich mir sehr, sehr uneinig, wie der Markt hier sich verhalten wird. Aber ich glaube schon, dass die Community hinter Bored Apes Yacht Club, auch dem Ape Coin, definitiv davon ausgehen wird, dass dieser Coin auch longterm anzusehen ist. Denn auch die brillante Geschichte von Bored Apes Yacht Club wird darauf spekuliert, dass es sich auch im Bereich Ape Coin sich wiederholen wird. Und ja, jeder, der im Token sich eingekauft hat, jeder, der einen Bored Ape besitzt, du kannst gerne kostenfrei deine Bored Apes Yacht Club, also deine Ape Coins, claimen. Und somit hast du auch, ja, bist begünstigter in diesen Airdrop. Und mich würde mal stark interessieren, wie du das Ganze eigentlich siehst. Also, was hältst du eigentlich von Ape Coin? Findest du, dass es zu überhypt ist oder findest du, dass es was Boomendes sein kann? Oder meinst du sogar, dass sich die Geschichte von Bored Apes Yacht Club in Bezug auf NFTs sich jetzt auf den Ape Coin überträgt und sich die Geschichte jetzt wiederholt? Würde mich mal stark interessieren, wie du das Ganze siehst. Ansonsten, ich danke dir recht herzlich und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstag. Mach's gut. Ciao, ciao.